vielleicht wundert ihr euch dass es heute einen wochenrückblick gibt da ich ja eigentlich gar nicht hier bin sondern in brasilien und warum das so ist erzähle ich euch dann gleich ja damit herzlich willkommen zum 43 wochenrückblick wie bereits im intro gesagt ja bin ich eigentlich gar nicht hier sondern im moment noch in brasilien noch bis zur kommenden woche mittwoch werde ich dort eben ja bei dem städte austausch dabei sein aber ich habe mir gedacht ich produziere dieses video einfach schon mal vor damit zumindest mal eben ein video gibt und dass diese woche nicht ausfällt natürlich kann ich euch leider noch nichts von brasilien erzählen hoffe aber dass ich das in der nächsten woche dann hinkriege ja von daher kann ich jetzt auch nicht viel mehr erzählen habe dieses video jetzt einfach nur der vollständigkeit halber eben schon mal vor produziert und ja hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich kann euch so ein bisschen vertrösten auf nächste woche wo es dann denke ich ganz viel von brasilien noch zu erzählen gibt also bis zum nächsten mal ja das war schon der 43 wochenrückblick dieses video leider vor produziert da ich mich momentan in brasilien befinde trotzdem würde ich mich freuen wenn ihr mir für das video und daumen nach oben gebt und könnt gerne hier unten den kanal abonnieren und ja an dieser seite findet ihr dann den wochenrückblick von der letzten woche wo ich über brasilien geredet habe da ich mich da noch vor der reise befunden habe und alles so ein bisschen erklärt habe warum das ganze und wie das programm aussehen wird also könnt ihr euch gerne mal ansehen dann wisst ihr was ich jetzt gerade so wahrscheinlich in brasilien machen werde und ja da ich bei meinen reisen ja immer auch videos drehe könnt ihr euch gerne hier unten die playlist von den on tour videos ansehen und ja einfach mal euch die videos anschauen von den orten an denen ich früher dann schon mal war